ARD Text im Auftrag des ZDF Hier sehen wir, hallo Flugbank, völlig geil über die Tischkante her und was sieht da mein passeten Auge? Was sieht mein passeten Auge? Eine Fruchtschale, rustilisierte Fruchtschale und da drin sind wie die gerechneten Früchte. Ich sage, hey, ich will es keine unter den Kommoden durch, aber wenn du jetzt ja kein Stäubchen, kann ich nicht ziehen, steht da unten, ist kein Mäuschen, nichts. Und da kommt die Lampen, die haben jedenfalls selbst entworfen, für einmal sogar in Acht. Und mittelschmeißfliege, zahle ich die Kalkorplatte. No, pass auf mit Dugel, da kommen wir auch noch auf Stern an Stern, da gehen wir gut gegangen. Ich sage, hallo Flugbank, an der Badwand, no, ich zeige dir meine gerechnete Ferienwohnung. Zahle ich Vogel, Igel, Hodl, Fisch, Auge und Knopflochperspektiven, die wir haben. Gerade im Bereich des Stegenhauses zeige ich euch eine Vielzahl von Fassetten von diesen Stegentritten, eben ausgerechneten Akazienholzrämen. Und schon düsen wir hier in unserem Lebenssiechen, ob wir einen Stock und wo, pass auf, Kränte. Pass auf, pass auf, noch mal eine Lampe. Und da ist eben ein Schlafzimmer, wo man chillen kann. Ich sage euch, ich bin einmal Fichs und Fuchs, uuuh, durchs Möbeldurch, hab ich nicht überkofft noch. Und da aussen werden eben ein Meer, ein missgerechneter Meer. Was will man mehr? Und da ist eben ein Schlafzimmer, ein Schlafzimmer, ein Schlafzimmer, ein Schlafzimmer, ein Schlafzimmer.